Herzlich Willkommen bei Carntag. In diesem Video möchte ich gerne Paypal oder besser gesagt Paypal NGX ein Backup erstellen. Ich habe jetzt mal gesucht die ganze Zeit was dafür in Frage kommen würde, wie wir da ein Backup erstellen können und es auch wieder herstellen können. Ich habe jetzt im Internet ein bisschen recherchiert und hin und her und habe natürlich mal nach einer Lösung gefunden, was das auch relativ einfach macht für diejenigen, die jetzt nicht so tief in der Materie drin sind. Ich habe was gefunden, ich werde das jetzt testen, ich hoffe ich kriege es auch hin, weil ich möchte es gerne testen für euch, bevor ihr euer Paypal lässt, wo ihr sehr viel Zeit investiert habt und auch Arbeit investiert habt, einfach so naja, verschießt sage ich mal dazu. Zu diesem Zweck habe ich jetzt hier mein Paypal das geöffnet, da habe ich drei Dokumente drinnen, viel habe ich da jetzt nicht drinnen, das reicht eigentlich auch für den Testzweck. Ein paar kleine Metainformationen sind mit bei, was ich da mal mit den Tags gemacht hatte, aber es reicht für den Testzweck auf jeden Fall. So und das hier möchte ich jetzt mal ein Backup ziehen und ich möchte das dann auch wieder herstellen. Jetzt probiere ich das natürlich mal bei mir aus, bei meinem System und wenn es klappt, dann kann ich es euch empfehlen. Wie gesagt, ich werde jetzt da hier das Versuchskaninchen spielen und dementsprechend mal gucken, ob das alles soweit in Ordnung ist. Gut, grundsätzlich mein System ist ein Paperlegs NGX, klar, aber ich habe hier alles auf meinem Android drauf. Das hatte ich hier installiert gehabt und werde dementsprechend hier das auch testen. Es gibt natürlich andere Varianten von Backups, aber ich habe jetzt hier etwas gefunden und das möchte ich gerne mal probieren und ob das auch dementsprechend schön ein Backup ziehen kann. So, Paperlegs NGX ist hier an, also läuft. Redis ist an, Apache Ticker ist an. Das sind jetzt die drei Docker-Container, die bei mir aktuell laufen. Home Assistant läuft hier auch, sehe ich gerade. Gut, den kann ich mal herunterfahren, den brauche ich jetzt nicht. So, mein System, ja, relativ nicht sehr viel drinnen. Was habe ich denn hier? Intel Core i7, 7800, paar Prozessoren, bisschen Arbeitsspeicher habe ich hier drinnen, 16 insgesamt habe ich drin. Ja, 2,5 Gig Netzwerkanbindung, gut, die brauche ich aber nicht. So, als allererstes geht es hier dann, wenn es dann wirklich funktioniert, auf euren App Store oder App Community App Store und da gibt es das Ding, bumms, heißt AppData, AppData Backup, war das genau, das hier. Ist ein Plugin. Ich habe jetzt davon gelesen, dass das Ding eigentlich auch gar nicht so schlecht sein soll, aber wir werden jetzt mal sehen, ob das tatsächlich auch soweit funktioniert. Ich habe es installiert und das kommt dann hier unter Einstellungen raus und das hier unten, Backup, Restore, AppData. AppData ist ja im Endeffekt nichts weiter als die ganzen Docker Images, was in den ganzen Ordnern drin sind. So, das Plugin ist auf Englisch, gut, ja, ist nicht so komplex aufgebaut, relativ simpel, sage ich jetzt mal dazu. Drei Reiter, einmal die Einstellungen, Restore, Status Log, was da im Endeffekt rauskommt, werden wir noch sehen. So, schauen wir uns mal an, was das hier alles ist. Welcome to AppData Backup Plugin. Okay, 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 okay. Ja, ja, okay. Gut, dann schauen wir mal weiter. Backup Type, also welche Art und Weise in dem Fall. Viel gibt es jetzt nichts. Backup starten. Okay, ich belasse es mal auf Standard, also stoppen, Backup machen und den Container wieder starten, einzeln. Okay, da gibt es noch eine andere Auswahl. Einzelstarten oder alles starten. Ja gut, wir lassen es auf Standard mal gucken. So, Delete Backup. Okay, das heißt im Endeffekt, die Backups löschen, wenn sie älter als so viele Tage sind. In dem Fall sind es sieben. Ich glaube, das liegt daran, man kann es ja einstellen, dass das auch zeitlich gesteuert ist. Das heißt, die Backups werden im Endeffekt in einem Intervall gemacht. Zum Beispiel, ja, montags, dienstags, mittwochs, sowas. Und wenn die Backups dann älter sind, werden die älteren Backups gelöscht und werden anstelle dann davon neuere genommen. Ähm, von dem her, denke ich mal, sollte das, ja, erklärlich sein. So, Keep at least. Also, wie viele Backups soll er Minimum davon haben? Drei Stück. Lasse ich mal auf Standard. Dann App-Data-Sources. Okay, da kommt schon das Interessantere rein, äh, wo die App-Data ist, oder besser gesagt, der Pfad dazu ist, was der als Backup nehmen soll. In meinem Fall, ja, ja, bin ich da richtig? Ich glaube schon. Ja, da bin ich richtig. Dann belasse ich das mal so. Man könnte noch dazu was hinzufügen, wenn man das möchte. Brauche ich aber nicht. Ich belasse die, so, die sind dann bei mir im App-Data drin. Wenn ich mich jetzt nicht irre, muss ich noch mal reinschauen. Äh, App-Data. Da ist Paypal-Less. Paypal-Less-Data. Okay. Hm, da müssen wir mal gucken. Was habe ich da noch? Was habe ich noch? Gut, da gibt es noch User. Ne, halt, das ist bei mir hier unter Kahn wohl. Stimmt. Paypal-Less. Und da ist das ganze Zeug drin. Hm, da muss ich den Pfad auch noch mitnehmen. Nehme ich auch mal mit. So, wo bist du? Äh, Desk 1. Da. Da. Ne, nicht alles. Nur das. Weiter. Paypal-Less. Da. Den hier. Nehmen wir die. Nehmen wir die einfach dreimal mit. Ja, wird schon passen. Add to list. Hat er es hinzugefügt? Hat er hinzugefügt? Okay. Nehmen wir die mit. So, Backup Destination. Mhm. Ich habe dafür einen Ordner erstellt und zwar, äh, Web-Tata Server. So. In diesen Ordner, einen einzelnen Ordner sollen wir einfach alles reinpacken. Das wäre dann für mich natürlich viel einfacher, wenn ich einen einzelnen Ordner von meinem, in dem Fall jetzt Android-System, ähm, auf meinen lokalen Rechner runterziehen würde. Oder auf, ja, eine USB-Stick, externe Festplatte, etc. pp. Ähm, wäre natürlich dann viel einfacher. Gut, machen wir mal so. So. So, Compression. Hm. Das ist standardgemäß auf ES-Normal. Okay, lassen wir mal so. Backup the Flash Drive. Hm, das mache ich mal auf Nein. Soll er nicht machen. Brauche ich jetzt nicht. Die VM-Metas. Äh. Ja, komm, lass mal drin. Lass mal drin. So, was haben wir hier? Advanced Settings. Some special dangerous settings. Oh, okay. Was ist dangerous settings? Skip stopping containers. Ah, nö, lasse ich mal so. Verify Backup. Belasse ich auch. Fehler ignorieren. Nein. Ja, belassen wir auch mal so. So. Notification and Shattering. Ah, okay, hier sind wir schon in der ganzen Planungsgeschichte. Das ist nicht schlecht. Notification Settings. Das heißt, nur bei Fehlern. Bei Warnungen und Fehlern. Oder Disabled. Also, deaktiviert. Belassen wir das mal nur auf Fehlern. Ah, Success Notification. Äh. Ja, okay, machen wir mal so. Und das soll mir eine Mitteilung geben, wenn das Ding okay ist, sag ich mal. Dann wissen wir ja auch Bescheid. Notification. Wird ein Container abgedeht. Das heißt, hm. Belasse ich mal auf Nein. So. Hm. Scheduled Backup Frequency. Sehr gut. Wir können jetzt hier in dem Fall eine Zeiteinstellung oder besser gesagt einen Plan erstellen, wann oder wie er die Backups macht. Also, ob wir jetzt täglich, wöchentlich, monatlich oder custom. Ah. Können wir auch machen. Gut, da kann ich aber nichts auswählen. Komischerweise. Täglich, wöchentlich, am Montag, Sonntag. Ja. Was gibt es da noch? Monatlich. Ja. Am 1. Datum an sich. Also an welchem Tag. Ja. Nicht schlecht. Gut, aber wir machen jetzt ein manuelles Backup, deswegen brauche ich das hier nicht. Mach ich mal weg. So. Dann haben wir hier noch die Uhrzeit, Minute, etc. Das ist natürlich auch so Feineinstellungen. Belasse ich mal weg. So. Docker Specific Settings. Dann, 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 dann. Ob er den Docker Container nach dem Backup updaten soll. Hm. Interessant. Ja, nein. Belassen wir mal auf Nein. Ich weiß ja nicht, was dabei rauskommt. So. Jetzt kann ich hier, ähm, also grundsätzlich, wie es ausschaut, sind alle hier auf OK. Also das No heißt es, also Skip, also überspringen. Hat er auf Nein gemacht. Das heißt, er wird jetzt alle Backups hier machen wollen. Allerdings will ich das gar nicht machen. Deswegen sage ich, okay, Jenkins überspringen wir mal. Grafana überspringen wir auch. InfluxDB überspringen. Das hier auch überspringen. MQQT auch überspringen. NetData, ja, überspringen. OpenHab überspringen. Paypalest, das soll er nicht überspringen. Das will ich ja haben. Photoprism überspringen. Redis brauche ich. Sterling überspringen. Xebo überspringen. Xebo CMR überspringen. Okay, ja. Das sollte dann soweit in Ordnung sein. So, Custom Script. Okay. Also man, wie das aussieht, kann ich hier sogar noch bestimmte Scripts noch einfügen. Die noch dazu. Gut, aber ich kenne mich da jetzt in der Materie 0 aus. Also was soll ich da hinzuschreiben? Ja, ein Experte wird ja mehr wissen als wie ich. Extra Files und Followers kann ich hinzufügen. Extra Files. Hm, was könnte ich da hinzufügen? Da könnte man theoretisch noch diverse andere Ordner hinzufügen, die er als Backup nehmen sollte oder könnte oder machen will. Heißt, ich könnte auch ganze Ordner einfach hier als Backup ziehen und nicht nur einfach, ja, die Dockers. Das geht auch, wie es ausschaut. Okay, nee, brauche ich nicht, mache ich weg. Okay, dann sind wir jetzt hier am Ende mit Speichern, ja, löschen und manuelles Backup. Gut, wir speichern das mal erst. Speichern das ab. Okay, hat er gespeichert. Das heißt, die Einstellungen würden übernommen. Gut, gut. Und wir machen mal ein manuelles, also manuelles Backup. Drücken wir drauf, wollen Sie es machen? Yes, will ich machen. Gut, und er fängt an. Hm, sehr gut. So, er fängt jetzt mal an, Backup zu machen. Und danach, wenn es mal fertig ist, schauen wir mal gleich dann weiter. Okay, das Backup wurde erstellt, ging relativ schnell, war nicht mal eine Minute. Also, es liegt auch daran, dass ich da tatsächlich noch gar nicht so viel drin habe. Also, bei Paypal ist zumindest, sind ja nur drei Dokumente gewesen. So, jetzt hat er mir das gemacht. Jetzt schauen wir mal an, wo er das gespeichert hat. Wo war ich da? Freigaben, war ich da? War ich hier drin? Und Backup Server war ich hier drin. So, hier hat das rein. Jetzt schaue ich mir das mal an. Äh, okay, 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 okay. Paypal ist NXTAR, hat er hier abgespeichert. Ja. Ja, nicht schlecht. Hat alles rein. So, wie groß soll das hier sein? Kann man das irgendwo hier sehen? Oder in irgendeiner Berichtigung berechnen, berechnen, berechnen? Ja, relativ klein. Okay. Okay. So, jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Ähm, schauen wir nochmal hier nach vorne. Meine Dockers sind wieder an. Äh, mein Paypal ist, ja, funktioniert bis jetzt ohne Probleme. So, jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Ob ich das Ding hier auch wieder so herstellen kann. So, jetzt gucken wir mal hier. Ähm, ich mach das jetzt mal ganz unverfrohr. So, und zwar, ich mach jetzt hier mal auf Stop. Stoppen. Ja. Jetzt gehen wir mal vom Schlimmsten aus und sagen, okay, ähm, das System ist abgestürzt oder das System ist kaputt oder was auch immer. Mach den hier auch mal auf Stop. Stopp, sondern durch das hier, löschen. Ähm, ja, entfernen. Redis, entfernen. Mal mal weg. Das ist das auch weg. Okay. Dann gehen wir auf die Freigaben, wo ich hier mein Paypal ist Ordner habe. Und da habe ich ja eigentlich, äh, unter Media, Dokumente, äh, Originals, da habe ich ja die Dokumente drinnen. Meine, ja, Rechnungen habe ich hingeschrieben. Kommt, aber geil, da sind ja die ganzen Dokumente eigentlich drinnen, ne? So, jetzt werde ich die hier, äh, Paypal ist, so, hier mal zurück, Paypal ist, hier, Ordner, löschen. So, okay, ist weg. So, jetzt habe ich hier alles gelöscht, was eigentlich mit Paypal ist zu tun hat. Also, jetzt, in dem Fall habe ich jetzt kein Paypal, lässt mich auf dem System drauf. Und Redis habe ich auch nicht drauf. So, jetzt ist die Frage, kann ich das auch wirklich wieder so herstellen, dass wir haben jetzt sehen? Äh, nee, halt, schmarrn, da wollte ich gar nicht hin, ich will unter Einstellungen, da. Ja, Backup and Restore, App Data, gut. Dann Restore, und dann schauen wir mal, was, was steht da? Da, 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 okay. Container Data, Container Template, Excel, 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 File, Backup, da, 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 da. Et cetera, et cetera, et cetera, back up source, okay, das wäre hier. Ja, das ist ja der Ordner, in dem ich das alles reinhatte. Äh, dann, 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 Default Destination, wie wir das sehen, also, er wird genauso genau dahinhauen, alles, was ist, ne? Ähm, Dateien, die schon vorhanden sind, wird er überschreiben, sagt er hier. Okay. 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 Ja, testen wir mal. Next. Ähm, Selected Backup. So, das ist nicht, nicht mal so schlecht, weil hier, könnten wir dann, wenn wir das Backup wiederherstellen wollen, tatsächlich auswählen, welches Backup. Ähm, heute, heute ist der 15.05. Gut, die Uhrzeit ist ein bisschen schäbs, das stimmt nicht, aber ist ja auch wurscht. Next. So, und dann fragt er mich hier, äh, dann, dann, okay, Restore Backup Config, ja, die Einstellung möchte ich wieder haben. Vm-Data, ja, würde ich auch haben. Restore Templates. Okay. Paperless. Aha. Aha. Da. Dann habe ich Redis natürlich auch weg gehabt, deswegen habe ich auch Redis 9. Den Rest lasse ich mal weg. Ja, brauche ich ja nicht. Paperless NGX Tar. Ja, den Container soll er mir auch wiederherstellen. Und dann auf Do It. Okay. Jetzt macht er irgendwas, hat er irgendwas gemacht. Es ging relativ zügig. Und wenn jetzt alles gut geklappt hat, sollte das Ding wieder da sein. So, wie wir sehen, hat er eigentlich gar nichts hergestellt. So, und das, woran liegt denn das? Das liegt daran, dass dieses süße Plugin hier, dieses kleine Ding hier, das stellt nicht die komplette Docker-Images her. Das macht das nicht. Der macht nur die Einstellungen. Der übernimmt nur die, also man kann damit dann nur die Einstellungen wiederherstellen. So, was heißt das jetzt für uns? Das heißt, im Endeffekt, ich habe die Docker-Images nicht mehr auf meinem System. Das Einzige, was ich jetzt noch als Backup da habe, sind die Einstellungen selber. Das bedeutet, ich muss hier meine Docker-Images nochmal installieren. In dem Fall muss ich einmal Redis installieren. Wo habe ich dich? Da habe ich dich. Ja, okay. Ja, installieren. Containerport passt. Anwenden, mache ich mal so. So, und dann brauche ich natürlich mein Paypal-Less wieder. Das muss ich auch installieren, klar. Weil er das Docker-Image per se selber nicht gebackupt hat, sondern nur die Einstellungen dafür. So, das hat er gemacht. Okay, fertig. Jetzt gehen wir hier nochmal zurück und schreiben hin. Paypal-Less-NGX. Da haben wir es doch schon. Installieren, installieren. Okay, gut. Redis-IP muss ich natürlich hier nochmal hinterlegen. Das wäre, ja, ist eigentlich der lokale Host. Dann machen wir das mal schnell. Okay. Die Einstellungen lasse ich jetzt mal weg. Ja, ja. Die lasse ich jetzt mal weg. Weil die müsste er mir dann durch die Einstellungen, was er als Backup gezogen hat, machen. Gut, der Pfad selber. Den müsste ich aber auch dann anlegen. Ist ja auch Blitz hin. Eigentlich so gesehen. So gesehen, ja. Aber gut, das machen wir jetzt mal so. Das machen wir jetzt ganz, ganz einfach. Ja. Dann machen wir hier. Da, da, da. Paypal-Less. Na, wo bist du? Da bist du. Und da schreibe ich hin. Zoom. Export. Brauche ich nicht. Redis. Okay. Anwenden. Ja, finde ich jetzt aber ein bisschen komplex. Also sehr umständlich, muss ich jetzt dazu sagen. Weil, wenn ich ein Backup mache von irgendetwas, dann erwarte ich ja auch, dass er das komplett wiederherstellen soll. Ja, das ist ja komplett, sag ich mal, umständlich. Also wenn ich ein Backup mache von irgendetwas, ob es jetzt ein Betriebssystem ist oder, nehmen wir mal ein Beispiel als Betriebssystem. Und dann drücke ich einfach irgendwo auf den Knopf oder habe das eingestellt und der macht ein Backup draus. Dann will ich ja auch das so machen, dass es für mich gar keinen Aufwand hat, also keinen allzu großen Aufwand hat, wenn ich dann irgendwo nochmal auf den Knopf drücke, zum wiederherstellen, dass er das komplett macht. Na, ist ja logisch. So, jetzt habe ich das mal installiert. Okay, also das heißt, meine, meine Docker-Images sind jetzt auch wieder da. Jetzt müsste ich das sogar als Backup quasi wieder Restore ziehen. Backup-Server. Okay. Das Backup wähle ich nochmal aus. Restore Backup-Config. Ja. Aber jetzt nicht, das hier. Dann haben wir mal Paypal-Less und Redis. Ja. Restore Containers. Ja, okay. Machen wir mal. Do it. Restore ist complete. Okay. Jetzt schauen wir uns das mal an, das ganze Geschehen. Paypal-Less anmachen. Zap. Und da ist mein Paypal-Less. Ha. Dokumente. Ja, sind drin. Kann ich die sehen? Ich kann sie sehen. Okay. 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 Also, es funktioniert. Auf jeden Fall. Backup geht. Einstellungen werden auch wieder übernommen. Deutsch, German und so weiter und so fort. Tags sind auch wieder da. Dokumente, Typen, Specherpfade, benutzerdefinierte Felder und so weiter und so fort. Und auch das ganze indexierte. So. Ha. Also, Fazit. Fazit an der ganzen Geschichte ist. So. Dieses Plugin. Das Plugin hier selber. App-Data. Backup-Plugin. Ist nicht schlecht. Muss ich sagen. Es macht ein Backup von den ganzen Einstellungen, was diese Docker-Images betrifft und kann sie auch wieder herstellen. Dann muss man natürlich dazu denken, okay, Nachteil bei der ganzen Geschichte ist, wenn die Images, also die ganzen Docker-Images selber, also die Apps selber, zum Beispiel Paperless und Redis und so, komplett verschwunden sind, der stellt die Dinger nicht her. Das macht der nicht. Der macht nur das Reine, die Einstellungen, was die Dinger hatten damals. Also, von dem her muss man quasi diese Dinger dann nachinstallieren, falls die verschwinden sollten. Für was wäre das jetzt vom Vorteil? Es wäre vom Vorteil, wenn wir jetzt mit, sagen wir mal, wir machen eine, wir arbeiten damit mit Paperless und machen hier undauern Dokumente, haben jetzt hier 2000 Dokumente drin und entscheiden uns dafür, okay, wir sollten doch mal ab und zu mal ein Backup von unseren ganzen Einstellungen hier machen. Das ist sehr wichtig, weil wir haben uns ja viel Zeit genommen, damit wir hier so genannter Tags oder so Dokumententypen, Dokumenten, ja, Speicherpfade. Korrespondenten, benutzerdefinierte Felder, E-Mail-Einstellungen und so weiter und so fort haben wir ja gemacht. So, dann wäre es natürlich für uns sehr vom Vorteil, wenn wir beispielsweise mal wöchentlich ein Backup von den ganzen Einstellungen machen können. Und für den Fall eines Falles, dass uns mal das System zerschießt oder wir irgendwas Falsches machen bei diesem Docker-Image, damit wir die Einstellungen wiederherstellen können. Dafür ist es nicht schlecht. Ja, ich habe das getestet, es funktioniert, kann ich empfehlen. Könnt ihr einfach hier runterladen, unter dem App Store quasi, wie gesagt. Ich bin immer noch nach der Meinung, okay, es sollte irgendwo noch einmal was geben, wo man einfach draufklickt und zack, alles kommt automatisch wieder her. Ich habe bis dato aber noch nichts gefunden, was das hier machen könnte. Das wäre natürlich nicht schlecht, sowas. Wenn man einfach sagt, okay, ich drücke jetzt hier auf den Knopf, der macht einmal die Woche ein Backup und wenn was passiert, dann drücke ich irgendwo nochmal auf den Knopf oder klickt irgendwo drauf und das Ding wiederherstellt einfach alles komplett und ich muss mich um nichts kümmern. Das wäre zum Beispiel eine bessere Lösung, meiner Meinung nach. Falls ihr jetzt da noch irgendwas habt oder ihr habt irgendwelche Backup-Softwaren für eure Docker-Images, bin ich sehr dankbar dafür, wenn ihr die in den Kommentaren mal reinschreibt, dann kann ich die auch mal probieren bei mir. Hier, ich habe bis dato eigentlich nie Backups gemacht, Backups von Docker-Images noch nie gemacht, weil ich Docker eigentlich, ja, zum Experimentieren brauche ich eigentlich, so gesehen. Gut, Fazit dazu ist zu empfehlen, das Ding, kann ich sehr empfehlen. Man muss es mit Vorsicht genießen, man muss natürlich sagen, okay, wie gesagt, die Images werden dann danach nicht hergestellt, die müssen dann wieder installiert werden, ist jetzt aber auch kein großer Aufwand, also von dem her, weil die Einstellungen komplett übernommen werden dann, heißt das ganze System läuft dann wieder, ja, einwandfrei, sage ich jetzt mal dazu. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, was wichtig, wichtig ist. Einstellungen werden auf jeden Fall als Backup gezogen, die kann man wieder herstellen, ja, aber, und das aber ist groß, es werden keine Dokumentenpfade wieder hergestellt. Bedeutet, wenn ihr dann Paypal es nochmal installieren müsst, dann müsst ihr wieder diese Dokumentenpfade herstellen, das heißt, oder besser gesagt, wieder angeben. Die werden nicht hergestellt, Dokumentenpfade werden nicht hergestellt, das sind diese Export-App-Data-Dokumentenpfade, die werden nicht hergestellt. Was auch nicht hergestellt wird, ist die Dokumenten selber. Also ich habe jetzt gesucht, aber nirgendwo die Dokumente wieder gefunden, die ich damals hinzugefügt hatte. Das heißt, Paypal es wurde durch die Einstellungen, durch das Backup komplett zwar hergestellt, also fast hergestellt, komplett nicht, aber fast. Und zwar das ganze Indexierte. Die Dokumenten selber sind nicht zu finden. Das ist noch ein bisschen, ja, ein bisschen noch, ja, ärgerlich. Gut, aber ja, man kann natürlich auch anders agieren. Man kann sagen, okay, ich nehme jetzt dieses Plugin explizit dafür, damit ich meine, ja, Einstellungen back upen kann. Und das Ganze, die ganzen Einstellungen von Paypal es selber, was da gemacht worden ist, mit Tags und so weiter und so fort. Und muss für die anderen Sachen, wie Dokumenten Pfade und Dokumenten selber, die ganzen PDFs, die ich damals hochgeladen hatte, die muss ich dann als separates Backup dann machen. Gibt es aber auch dafür eine ganze Menge Plugins, bei Unraid zumindest, wo man da quasi Backups machen kann davon. Gut, so viel dazu. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ein Like dalassen. Bei Ideen oder Kommentaren würde ich mich auch gerne freuen. Und ich freue mich natürlich immer wieder, wenn jemand meinen Kanal abonniert. Vielen Dank und viel Spaß mit Paypal es. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020